Hallo Leute, ja wir sind hier unterwegs, haben Geld zusammen bekommen und können uns vielleicht jetzt den Zug leisten, der hier glaube ich lang sollte. Der kriegt hier die Kurve, der soll Eisenerz wahrscheinlich transportieren oder was sollte der transportieren? Ja, ist schon so lange her, dass ich das schon nicht mehr weiß. Der muss auf jeden Fall hier hinten, ah der muss wahrscheinlich nicht Eisenerz transportieren, sondern er muss hier Eisenbarren transportieren. Okay, dann kümmern wir uns nach dem Logo halt für die Eisenbarren. Da würde ich sagen, schauen wir gleich rein. So, dann wollen wir mal gucken. Lokschuppen ist ja hier. Kaufen. Noch Lokomotive, ja die. Jetzt müssen wir noch Anhänger dazu kaufen, die dann Eisenbarren transportieren können. Und der schon mal nicht. Der auch nicht. Aber hier gibt es noch mehr wahrscheinlich, ne? Eisenerz, Eisenbarren. Könnt hier noch einer mehr? Ne, ne? Ne, ist nur der. Was musste ich drücken, damit ihr... Äh. War das die Steuerungstaste? Ne? Äh, was kostet uns der Zug gerade? Sehe ich das hier auch? Da sehe ich es. Ich glaube mit sechs Anhängern sind wir schon gut unterwegs. Kaufen wir jetzt sofort. So, und dann muss der ein Halt hinzugefügt bauen, nämlich den Halt laden. Und muss dann nach dahinten. Halt hinzufügen. Entladen. Speichern als, Eisen zu üblich, weil nur, ne? Ist okay. Und starten. Und dann... Fahrzeug folgen, ist hier. Er hält da schon mal an. Okay, wenn man das ausmacht, geht er da hin wieder hin. Sehr interessant. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der da auch hinfährt, ne? Ne, da unten ist der Zug... Lockschuppen, nicht Zug. Lockschuppen. So, der blockiert natürlich super hier. Ah, das ist jetzt ein bisschen doof mit diesen vielen Signalen hier, ne? Steht jetzt natürlich mitten im Weg. Jetzt fährt der erst durch, oder? Jo, super. Und wenn der jetzt weg ist, dann müsste der ja dann... Ah, der ist aber noch nicht weg, weil hier unten wieder was steht. Jetzt haben wir uns hier wahrscheinlich selber was gebaut, ne? Ah, er fährt aber. Jetzt fällt der an. Ne, oder? Er hätte eigentlich weiterfahren können, meines Erachtens. Jetzt fährt der aber nicht, ne? Ja, irgendwas ist hier schlecht gelaufen, ne? Ah, jetzt fährt er. Jetzt ist die Frage, wo der ja als erstes hinfährt, ne? Wahrscheinlich da hinten, oder? Oder fährt er hier hin? Und wie kommt er da rein? Ah, er kann hier drehen. Okay, dann muss das gehen. Okay, er fährt hier rum. Ja, müsste klappen, dass er da reinfährt. Hier lang und dann da rein, ne? Könnte funktionieren. Sieht erst mal gut aus. Warum der jetzt hier stehen bleibt, weiß ich noch nicht, weil er könnte ja auch weiter eigentlich, oder? Hm. Da ist auch das Signal vielleicht falsch, ne? Ja. Ja. Ich glaube, so ist das besser. Und das Vorsignal, das muss zum Beispiel hier meines Erachtens hin. Und hier müsste eigentlich auch ein Vorsignal hin, wenn hier ein normales Signal sein kann, weil das ist ja definitiv, ne? Und da kann auch ein normales, während hier wieder ein Vorsignal sein muss. Weil der muss nämlich das Vorsignal haben, damit er hier weiterkommt. Und da auch noch. Jetzt sieht das einigermaßen gut aus, denke ich. Jetzt müssen wir noch gucken, wo ist unser Zug? Ich glaube, das hier ist er, oder? Ne. Oder doch? Das hat der alles geladen. Das brauchen die da hinten noch gar nicht, oder? Ach ne, ich glaube, das ist er gar nicht. Der ist das, ne? Aber der lädt auch so komische Sachen. Warte, 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 warte. Ich glaube, jetzt passt's, oder? Jetzt nur die Frage, wo hinfährt. Gefräß ab zwei, ich melde euch statt vier. Ach, der war's natürlich nicht, ne? Shit. Dann doch Details. Dann doch hier. Ich glaube, das war Kohle. Und das war auch Kohle. Das ist nur die Frage, was war im letzten Anhänger? Ich glaube, Eisenerz. Ne, das ist Kupfer, Eisenerz. Der fährt jetzt hier lang und hat natürlich die Ladung nicht da drin. Aber egal, passiert halt mal, ne? Und der andere muss jetzt hier unterwegs sein. Aber der hat natürliche Sachen dran, die er gar nicht dabei haben müsste, ne? So ein Shit aber auch. Komm, dann kannst du schon hier anpacken. Weil macht anders keinen Sinn, wenn der jetzt da mit anderen Klamotten langfährt, bringt mir das ja auch nichts, ne? Glaube ich. Der fährt schon hier lang. Aber der fährt ja da rein, ne? Oder? Ich glaube schon. Und der kommt auch nachgefahren, dann passt das auch. Hier stehen überall diese Vorsignale, ne? Das ist verkehrt. Lass uns mal schnell da arbeiten, dass wir die ändern in normale Signale. Da muss kein einziges Vorsignale sein, weil hier sind keine Kreuzungen. Hier wird es vielleicht noch Sinn machen. Hier haben wir keine Vorsignale, ne? So, der fährt auf jeden Fall da rein. Hält da jetzt an. Warum? Die Frage, warum der nicht fährt. Will der auch da rein? Nein, nein, der will ja da hinten hin, oder? Oh Mann. Jetzt stehen sie beide. Das hat gut geklappt. Na, hier ist das Problem. Ich sehe es schon. Zum Glück fährt der weiter. Sonst hätten wir nämlich doch noch ein Problem gehabt, glaube ich. Hm. Oh, da war ein Stein-Depot, äh, Stein-Unternehmen. Na ja, dann ist es so. Pech gehabt, ne? So, und das hat das erste Mal geklappt, jetzt der Deal hier. 145 wird sie da verbleiben. Dann ist das zu. Aber wir haben gerade angeliefert. Auch cool, ne? Wollen wir hoffen, dass das dann funktioniert. Dafür muss er natürlich ein bisschen mehr fahren, ne? Hm, das sieht hier irgendwie komisch aus. Einseitiges Signal. Dann machen wir das so, und dann müsst ihr ja reinfahren können, oder? Jetzt fährt der da hinten auch wieder. Das ist okay. Aber das sieht hier irgendwie doof aus, ne? Hier, das ist auch so hoch, runter, hoch, runter. Da haben wir auch Mist gebaut. Jetzt sollten wir das mal hier ein bisschen begradigen, und dann das nicht so komisch bauen. Das hat jetzt gut geklappt, weil, äh, eigentlich wollte ich jetzt nicht hier das so machen, ne? Jetzt kriegen wir das noch nicht mal zu, ne? So, jetzt haben wir es zu. Jetzt müssen wir das wegmachen. Passt. Und jetzt müssen wir das wegmachen, und das wegmachen. Jetzt müssen wir schnell noch den wegmachen. Jetzt brauchen wir neue Gleise dahin, ne? So, jetzt ist das schon mal ordentlich geworden. Ja, das ist auch schön. Hier erst hoch, und dann wieder runter. Ah, Mann. Mach das auch weg. Und dann mach das auch weg. Schnell wieder Gleise hinzaubern. Das ist schon mal gut. Und hier müssen wir das gleich auch nochmal machen, ne? So, und dann... Weißen wir das erstmal weg. So, das passt erstmal. Und dann... Einfach dieses Gleis da runterziehen, ne? So, und dann war da ein Signal zu setzen. So. Und dann müssen wir das da auch noch abreißen, schnell. Kommt da noch ein Zug? Ich glaube erstmal nicht, ne? Naja. Und dann das Bäumchen und das runter. Runter war das, ne? Hä, warum macht er das jetzt nicht? War zu teuer, oder was? Wahrscheinlich, ne? Gleise her. Sache nicht, das reicht vom Geld her nicht. Warte, 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 warte. Das muss noch weg. Dann muss das noch da hin. Nicht genug Geld. Läuft, wa? Das ist jetzt unser Problem, dass wir nicht genug Geld haben. Na, super. Jetzt warten wir mal, bis da ein bisschen was reinkommt und hoffen, dass 7.650, das werden wir wohl schaffen, oder? Jetzt haben wir's. Okay, das läuft. Ein Signal war da, glaube ich, auch noch zu setzen. Das kriegen wir hier auch noch hin. Dann passt das auch. Und hier ist richtig verkoakst, ne? Warte mal, das machen wir noch anders, glaube ich. Ja, da müssen wir hier noch ein bisschen was absenken. Das ist ja auch mal was von teuer, ne? Geht jetzt so ein Gleis neben, ich glaube schon, ne? Das passt schon mal. Das passt nicht, das geht nicht, du glaubst es auch nicht, oder? Dann reißen wir das halt nochmal ab. Das muss doch da drauf gehen, so geht's komischerweise. So, hier noch weiter nach da. Und dann nach da. Passt. Backelstramm und hat Luft. Und dann müssen wir das da wegmachen. Dann kann der Zug von da nach da rüber fahren. Warte mal, da brauchen wir aber noch ein paar Signale. Das einfache Signal ist hier schon gut. Falls zwei kommen, sind das auf jeden Fall getrennte Gleise. So, der muss aber nachher hier rüber. Und hier lang ist schlecht. So, der fährt hoffentlich hier unten rein. Nee, der fährt da hinten hin. Alles klar. Aber dann kann das da ja auch weg, ne? Nee, das brauchen wir ja wieder, damit er zurück kann. Schwierig. Wie kriegen wir das am besten hin? Keine Ahnung. Ja, der müsste da lang fahren, ne? Der muss da lang fahren, aber... Weiß ich jetzt auch noch nicht, wie ich das am geschicktesten mache, dass das klappt. So, diagonal wäre cool mit Brücke, ne? Aber ich glaube, das geht nicht. Brücke bauen geht nicht so diagonal, ne? Könnte vielleicht doch gehen, ne? Doch, würde gehen. Okay. Aber sah schon so aus, als ob das wieder schwierig wird, ne? Wieso geht die nicht hoch? Ach so. Jetzt muss ich wahrscheinlich Brücke auswählen, ne? Cursor höher. Das kann nicht sein, ne? Da will er definitiv keine Brücke bauen. Doof. Richtig doof. Und das geht gar nicht hier. Der fährt so langsam da hoch. Das müssen wir anders machen hier. Das muss alles anders werden. Lass uns das mal hier ein bisschen Landschaftsgestaltung wieder machen. So, das machen wir auch so noch. Und dann kann der da ja hoch nachher. Aber dann muss erst das noch weg. So, das bedeutet, wir kommen hierher. Komm mit dem Gleis hier rüber raus. Naja, da soll er schon hin. Aber das geht nicht. Weil das zu knapp ist. So schnell bin ich nicht, der muss jetzt erst wegfahren. Geld geht schon mal. Fährt er schon? Ne. Kommt dann, zack. Gleis. Jetzt vielleicht ist es besser. Jetzt fährt er. Der müsste hier langfahren, weil da geht es eigentlich nicht. Ja, macht er auch. Also da geht es erst mal mit der Geschwindigkeit. Aber hier ist schon wieder so eine doppelte Geschichte. Das ist auch nicht so doll. Aber er fährt schneller hoch wie letztens. Aha. Gut. Was machen wir da jetzt dann? Naja, er kann so weiterfahren. Das macht anders keinen Sinn. So, der fährt da runter. Kriege ich das dann hin? Tunnel bauen wir. Oh, der Tunnel würde gehen. Also die originale Tunnel gibt es schon mal. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir reißen hier mal was weg und hoffen, dass wir es hinkriegen. Kommt der andere Zug schon hier an? Ne. Wahrscheinlich kommt der sowieso nicht an, weil irgendwo was kaputt ist. So, jetzt nochmal hier schnell Tunnel. Er deutet das sehr schön an, aber er baut es nicht. Das ist das Problem gerade. Ne, geht nicht. Normaltunnel. Cursor höher. Ja, da weiß ich auch nicht. Das ist vielleicht liegt es aber auch dran, weil hier gerade eine Weiche ist, dass das nicht geht. Probieren wir mal gerade so. Weiß ich nicht. Will da nicht. Jetzt nochmal. Jetzt mach das mal hier wieder voll. Ist auch interessant, ne? Das war es nicht. Ich mach das wieder weg. Jetzt passt es aber erstmal soweit. So, jetzt nochmal hier. Hier. Und da. Und Tunnel. Jetzt sag nicht, es liegt am Geld. So, und jetzt müssen wir nur gucken, dass der da auch rauskommt. Aber das mag er nicht, wie wir sehen, ne? Oder auch wieder Geld? Ne, Geldprobleme zur Zeit noch. Ne, das geht nicht. Geldprobleme. Ne, doch nicht. Eigentlich nicht. Okay. Steht schon einer hier? Nö. Wir müssten nur ein bisschen Geld haben, damit wir was weiterbauen können, ne? Kann hier nicht bauen. Warte mal, dann reißen wir das doch nochmal weg. Und gucken zu, dass wir es jetzt nochmal hinkriegen. Ist das dann eine Brücke? Okay. Vielleicht kriegen wir es jetzt hin, weiß ich nicht. Oh, da kommt schon der erste Zug, der hat keinen Weg mehr. Oh Mann, das funktioniert alles hier nicht. Also das mit dem Tunnel, das müssen wir wohl nochmal revolutionieren, aber jetzt gerade irgendwie nicht. So, der kann da weiterfahren. Und der wird da auch weiterfahren können. Der muss jetzt hier weiterfahren. Nicht genug Geld da. Der kommt hoffentlich wieder raus. Ja, tut er. Das passt dann schon mal erstmal. Kommt hier aber nicht rüber. Kann er weiterfahren? Ja, kann er, oder? Der müsste klappen jetzt. Ist nur die Frage, was wir hier machen. Das müsste so funktionieren erstmal. Der andere Zug kommt gar nicht wieder. Wo bleibt denn der? Der ist doch irgendwo stecken geblieben, oder? Der ist doch irgendwo stecken geblieben. Ne, da kommt er. Okay. Aber wahrscheinlich ist hier die Industrie gleich kaputt, oder? 79 Tage verbleiben. Oh ne, könnte noch klappen. Ja, aber das müssen wir, glaube ich, in der nächsten Folge weiterbauen. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen schlecht dran, was wir hier basteln. Müssen wir nächstes Mal schauen. Diesmal klappt das nicht mehr, denke ich. Das mit dem diagonalen Tunnel kannst du schon mal ganz vergessen. Das klappt gar nicht. Da kommt der zweite auf jeden Fall auch noch langgefahren. Das geht. Und hier oben müssten wir wahrscheinlich noch mal hier rüber. So müsste es gehen. So war es vielleicht sogar. Weiß ich aber nicht. So, jetzt lass uns noch ein Signal machen. Und da kann aber ein normales Signal stehen. Aber das muss in beider Richtungen sein, ne? Kriegt das auch in beider Richtungen? Und das muss nicht in beider Richtungen. Das muss in beider Richtungen, naja. Das muss nicht in beider Richtungen. Ja, lassen wir das mal gut sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Warp macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr damit wie das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf einer Kanäle teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank.